gut ich hasse diese scheiß geräusche die sind so gut erstmal gucken aber was gab es denn lecker wieder weg mikrowellen oder spinnweber hat zum glück dass ich platzangst hab du hurensohn na gut war eigentlich vorhersehbar geil speichert also wird ich gleich richtig hammer hat getötet oder erschreckt wahrscheinlich ist die tür dazu ja erstmal gucken ob da jemand ist ja da komm ich nicht lang boah fällt mir erstmal mein handy um aber ich bin glück jemand da fick dich alter 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 boah arschloch klar na 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 bleib schangeln da Sie haben uns geholfen. Sie haben die Varianten entfernt. Sie können sie nicht kämpfen. Sie müssen sie sterben. Sie können sie unbezüglichen. Sie können die Behandlung von Sicherheit und Kontrollen unlocken. Sie müssen sie weg von dieser Schrecklichen Welt. Ja! Ey, wenn du so viel Schiss hast, dann hau doch einfach ab. Hau ab. Nicht du! Du bleibst schön hier! Was? Ich hab Schiss. Ja, und mein Bruder ist grad im Zimmer gekommen, der darf stimmen bleiben, weil ich mag solche Spiegel einfach nicht. Und wo es schön dunkel ist und wo du nicht drei Meter sehen kannst, wenn es dunkel ist. Nein! Oh, alles schön ganz knirschen hier. Oh, ich hatte geschlossene Türen. Das ist immer so linear. Ja! Hat der einen Unterkiefer. Du bist King Crimson. Naja, weiter geht's. Aha. Huh. Ich hasse es. I hasse es. Oh! Ok. Aah! And who are you then? Ja genau genau! Und das am Heiligabend, ey. Geil. Toll, jetzt bin ich außer weh. Er fickt die Henne, ey. Du Schwein, oder was hat sie gesagt? Einmal durchs Fenster, bitte. In Station. Geil. Abgeschlagene Köpfe. Ach, geil. Ach. Das Spiel hat gesagt, es kann sexuelle Inhalte beinhalten. Ja. Hey, ich dachte, die scheiß Kamera wurde mir abgenommen. Nein, stimmt, stimmt. Wie bei... Kuchen. Ähm. Nee, nee, die haben mir meine Kamera weggenommen, aber die SIM-Karte... Nee, warte, die haben meine Kamera wiedergegeben, aber die SIM-Karte... War weg. Ach, ja, Fallnummer, Schlag mich tot, betrifft der Zugriff auf... Kurz mal die Nase hochziehen. Ähm... Na, scheiß drauf. Oh, ich hasse die Musik. Und... Wer ist da rund rangekommen? Haben sie... Hä? Ey, ey. Ey, ungelogen, das sind bestimmt... So vier, fünf Meter? Wie sind sie da drangekommen? Haben sie... Äh, hier gigantischen Haufen von... Äh, hier zu behandeln? Einfach so einen Haufen hochgestapelt und dann alles dahingeschrieben? Clever gemacht. Wasche kann ich benutzen? Ey, da ist jemand. Hallo. Hey, hallo, hallo. Nein. Nein, 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 du bleibst jetzt. Ich... Gut, dann nicht. Ach, vier weitere Leute. Ey, Blue, er heilt. Wo wir schlimm kriegen, krieg ich jetzt gleich eine geschossene. Mann, ich hasse... Meine Fresse, kann der Pisser nicht einfach Türen auftreten? Ich will wieder raus. Junge, wer war das denn? Ey, das war bestimmt... Hallo? Nein, 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 nein Warum? Warum stecken Leute Arme in eine Kloschüssel? Kloschüssel. Ja, komm, hab ich schon oft das gesehen. Natürlich. Put. Knall die Tür doch nicht so, mein Gott. Mein Gott, hier laufen Wahnsinnige rum. Hör auf die Scheiß Türen zu knallen, ey, sonst knall ich dir eine Löhle. Ey, ich, ey, ich mag solche Spiele überhaupt nicht, ne, aber... Hi. Kommst du öfters hierher? Wo? Geil, ne Batterie! Scheiße, wie kann ich nochmal Batterien reinstecken? Nein. Nein. Aha. Ypsilon. Es ist... 20. Cool. Und hier lieben Menschenteile. Was haben sie immer mit Menschenteile, ey? Boah, ich hab bestimmt ein Spiel von der Pederwaldtiere. Äh, äh. Schön geblieben. Ah, zum Glück, dass ich nicht geniegt hab, ey! Da nutzt sich das richtig, solche Scheiß Spiele zu spielen! Und ich crouche, und ich crouche, bis das nächste Jumpscare kommt. Natürlich. Eine Schlüsselkarte. Ey, wo sind wir bei Resident Evil? Okay. Ich bin so ein Schisser, ey. Öp. Batterien, Batterien. Dokumentenmappe. Brauche ich nicht lesen. Ist nicht wichtig. Er ist gestolpert. Die sind alle gestolpert. Okay, ein... Ja, natürlich ist nur ein Raum da. Und wahrscheinlich... Ist diese Tür... Ah, ich hab noch eine. Ach nein. Stehen geblieben! Oh, war der gleiche Raum. Ey, ey, diese Stimmung, ne? Hä? Digga, hast du Durchfall? Hallo? Wie komme ich jetzt an deiner scheiß Schlüsselkarte? Tür ist zu. Nein, was du nicht sagst. Der hat nix, der hat nix. Bah, der hat seine Gedärme durch den Arsch geschissen. Oh, was für Sprinten kann ich ja auch... Nein. Willst du nicht sprinten? Ha, der Junge ist am chillen. Egal. Aha, 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 aha. Nein, lasse Sprinten. Oh, wie geil, Toiletten. Oh, wie geil, Toiletten.